Hallo und herzlich willkommen zu Slide in the Woods. Eine Schaukel, äh eine Schaukel, fängt schon gut an, Anfang versaut. Eine Rutsche im Wald. Ich befürchte es wird ein Trash Game, aber wir schauen uns das mal an. Es gibt keine Einstellungen. Es war kostenlos auf itch.io. Und ich kann nicht springen, ich kann nicht crouchen, ich kann auch nicht rennen, ich kann nur gehen. Wui! Ich kann rutschen. Ich weiß nicht, ob ich ein Kind bin, ob ich ein Erwachsener bin. Ich kann hier irgendwas... Nein, ich kann rutschen. Wui! Wird es dunkler? Vielleicht sind wir ein Kind, was die Zeit vergessen hat beim Spielen, weil rutschen ist toll. Ich sagte, rutschen ist toll. Ich will mich nicht überholen. Also das ist eine Taschenlampe, okay. Eine verlorene Taschenlampe. Da glitzte es aber... Glücklicherweise hat sie immer noch ein bisschen Batterie übrig. Hab ich nicht hier irgendwas gehört? Oh! Ich kann sie erinnert ausmachen. Also als Kind fände ich das sehr, sehr unheimlich. Aber wir rutschen einfach mal weiter. Okay. Was ist das? Eine Tragödie in einer kleinen Stadt. Small town in... Morning... Morning as mess. Missing person's case at local park. Contents. Es sind viele Personen vermisst, die in einem lokalen Park verschwunden sind. Wahrscheinlich in dem wir sind. Was heißt Post-Shirt? Kinder und Erwachsene werden vermisst. Ein Detektiv, also ein Polizist hier arbeitet an dem Fall. Es ist als wären sie einfach in... Hätten sie sich in Luft aufgelöst. Er fragt halt, ob irgendjemand irgendwelche Informationen hat, die den Fall betreffen. Oder irgendjemand, die Opfer irgendwo gesehen hat. Wenn ja, bitte kontaktiert die Polizei. Ich warte darauf, dass wir beim Runter... Runterrutschen irgendjemand sehen. Runterrutschen wir jetzt einfach nur, bis es wieder morgen ist. Oder was passiert hier? Man könnte, aber man könnte es auch lassen, sehr gut einfach jemanden... So ganz dezent in den Hintergrund einbauen. Ja, das Geräusch gibt es, wenn man... Oh mein Gott. Wenn man in der Rutsche dagegen ballert. Äh. What the hell? Ich kann mich nicht bewegen. Oder wenn man halt einen eingepackten Leinsack da runterschiebt. Ich will ja nicht mehr rutschen, dass es kontaminiert. Äh. Die Rutsche ist länger als vorher. Äh. Was ist hier los? Das ist nicht mehr meine Rutsche. Crawlmeter, hold and then release space while moving forward to crawl. Ich könnte hüpfen, also Crawlmeter, ne? Hallo, hier kriege ich, äh. Ich hab das Gefühl, dann ist... Ich weiß ja nicht. Ich hab das Gefühl, normal ist... Schneller. Sind wir jetzt unter den Spielplatz gerutscht? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist jemand hinter uns? Hab ich einen Herzschlag in meinem Ohr? Ich guck nicht. Oh. Das ist nicht mehr mein Spielplatz. Oh. Einfach ran. Mir geht's auch nicht hoch. Kann ich hier hochgehen? Ja. Sind hier die ganzen verschwundenen Menschen hin? Ich hab noch einmal kurz nicht hingeguckt. Wurde hier jemand geopfert? Was denn? Ach so, okay. Ehe drücken, um die Kette zu lösen. Das ist ein pulsierender, blutiger Stein. Okay. Füttern? Wie füttern? Wen füttern? Womit füttern? Ich kann da nicht reingucken. Sollte nicht das hier auch gehen? Okay. Äh. Entschuldigung. Wer sind sie? Warum sind sie? Ja, ja, ja. Schnell, 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 schnell. Schnell. Verfolgt es mich? War aber so groß, der kommt hier bestimmt nicht durch. Gott, bergauf krabbeln. Dieses krabbeln in diesem mini kleinen Gang. Das ist ja furchtbar. Also für Platzangst ist das ja nix. Ich werde mich auch nicht rumdrehen, denke ich. Vielleicht beim nächsten Mal einmal runterrutschen, wenn das nochmal kommt. Das hier ist doch Erde oder Stein oder so. Warum macht das immer noch diese Geräusche? Kommen die Geräusche näher, wenn die lauter ab? Wer schreit denn da? Hallo? Oh, was mit meiner Taschenlampe. Oh, Stille. Okay, das war gut gemacht. Oh, ein kurzes kleines Spiel von Johnny's Game. Und es ist direkt, direkt weg. Ja, ein kurzes Spiel heute. Ich dachte, es geht zumindest fünf Minuten länger. Ja, für alle, die rutschen mögen, mochten jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich werde, glaube ich, nicht rutschen. Abgesehen von, die sind jetzt eh alle verdreckt. Auf den heutigen Spielplätzen. Ja, gut. Dann danke für das Zuschauen. Heute mal ein kurzes Game. Sorry. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik